Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir reagieren heute auf Esther, featuring Moritz Gate. Ich bin gespannt, los geht's jetzt. Mit tausenden Problemen, noch immer wenn du die Waffe lädst, laufen dir die Tränen. Letzte Album, nicht so gefeiert, hab ich mir nicht gekauft und hab jetzt eine EP rausgebracht. Die Boden-Tief-Fenster-EP. Okay. Und das hier fängt so ein bisschen an wie so ein Bonny-Kleid-Song, denk ich mal. Der Song ist kriminell, sowas in der Art könnte es sein. Krass, also der Esther-Flow ist vorhanden. Ich mag den Esther-Flow. Also mal einen Song, wo er nicht so schreit. Normalerweise, ich hab mal gesehen, Tubo meinte damals, der hätte immer extrem rumgeschrien, so in der Booth, sag ich mal, in der Gesangskabine. Und der Flow ist etwas langsamer, beziehungsweise aber trotzdem sehr betonend und sehr flowig halt. Sie riskieren sehr viel anscheinend. Und zwar, ja, so eine Bonny-Kleid-Nummer, finde ich. Also, Video, sehr stabil auf jeden Fall. Sehr krass gemacht, sag ich mal. Fühlt sich an wie so ein Kinofilm. Ohne Scheiß. Jedes Himmelbett wie Lava. Alter, der Esther-Flow gefällt mir sehr gut. Also, ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, kennt ihr Esther überhaupt. Also, er hat 34.000 Abonnenten auf YouTube, circa. Sogar ein bisschen mehr. Also, leider... Ach, einer, der auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Leider. Aber so ist das manchmal halt. Ziemlich schnell zum Drama auf der Flucht und im Radio die Stimme von Nirvana. Konkurrenten werden Kugeln verpasst. Kriminell kann jeder, kommt drauf an, wie gut du es machst. Wir haben beide kein Zuhause, wechseln zu auf die Stadt. Doch sind uns nah, weil du genau die gleiche Wut in dir hast. Tagsüber schlafen, nachdem Nachtszeit... Also, ich muss wirklich sagen, viele Themen-Songs... Ich mag halt den Esther, der battelt halt. Aber viele Themen-Songs von ihm feiere ich nicht so, weil... Ich weiß nicht. Aber der Song hier... Gefällt mir sehr gut. Hört sehr gut an, sehr gut produziert. Produziert von IPM. Kenn ich nicht. Auf jeden Fall stabiler Song. Sie überfallen jetzt den Juwelier. Also, das Video ist erst gut gemacht. Also, das ist natürlich kein so Straßengangster-Rap-Video. Aber das ist gut gemacht und vieles an wie ein Spielfilm. Baby, ich fühl mich unsterblich mit dir. Unsterblich mit dir. Du bist so kriminell. Wieder Zeit für den nächsten Rausch. Machen die Millionen hier im Schnelldurchlauf. Du bist so kriminell. Holy shit, der wurde ja angeschossen. Also, den Sänger Moritz Gerd, Geld, keine Ahnung. Kenn ich gar nicht. Woher kennt man den denn? Ist der irgendwie bekannter? Schreibt es mal in den Kommentare rein. Wir haben nie eine Gang gebraucht. Immer nur wir zwei. Niemand hält uns auf. Du bist so kriminell. Du bist kriminell. Oh, jede Nacht ist gefährlich mit dir. Wir spüren den Drang, immer mehr zu riskieren. Mehr zu riskieren. Du bist so kriminell. Wir prüfen uns beide auf Herz und auf Liebe. Heftiges Video. Gefällt mir sehr gut. Und die Hook, die Stimme von dem Moritz da, ist ziemlich einprägsam. Ziemlich stabil gesungen, sage ich mal. Und dementsprechend, ja, also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so ein Song demnächst beim Radio läuft. Oder allgemein der Song im Radio laufen könnte. Würde ich auf jeden Fall lauter drehen. Baby, ich fühle mich unsterblich mit dir. Unsterblich mit dir. Du bist so kriminell. Oh, du bist so kriminell. So, Leute, das war's mit dem Video. Das Video hat mir sehr gut gefallen. Krasser Song. Esther ist back. Da würde ich sagen, lasst mein Video gerne einen Daumen da oben da. Weil dann verpasst du kein Video mehr von mir. Also natürlich abonnieren vorher. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst neuen Videos.